Tag zusammen, ich bin heute hier beim Radio, bin ich natürlich nicht, ich bin im HBZ Minden und zwar bei den Malern, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Und weil ich selbst in Kunst wirklich eine absolute Niete war, werde ich heute nichts malen, sondern ich plotter heute was. So, ich habe jetzt hier ein paar geplottete Motive und jetzt darf ich mir aussuchen, was ich gleich auf mein Handy kleben will. Hier haben wir zum Beispiel so eine süße Bärenpfote und hier, ach, ein lachender Kackhaufen. Aber ich glaube, mein Favorit ist hier der Daumen. Ich denke, das werde ich jetzt auf mein Handy aufkleben. So, dann muss ich hier mal abziehen, das Ding. Ach, so. Hat auch gar nicht so schwierig, ne? Donnerwarte, jetzt gleich reicht es mir hier, aber ich drehe durch. So, ich sage ja immer, in der Ruhe liegt die Geduld, ne? Oh, ich glaube, das wird jetzt richtig Sahne. Ich denke, das Ding ist gleich schon ein bisschen mehr wert. So, jetzt habe ich es drauf. Jetzt muss ich noch die Folie hier abziehen. Ach, Sahne. Das war Plotterfolie aufbringen, hier bei den Malern im HBZ. Das ist eine von fünf Stationen hier bei der Berufsrallye. Und wenn ihr an allen fünf Stationen teilgenommen habt, dann habt ihr die Möglichkeit, was zu gewinnen. Und nicht nur das, ihr könnt sogar draußen auf dem Hof noch eine Runde Kart fahren. Also, vorbeikommen, mitmachen, gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.